Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Master Builders oder auch Bild Battle, zusammen mit Flachy. Hallo, und ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Wir haben das perfekte Thema rausgesucht. Ja. Ja, ihr seht das halt nach dem Zeitraffer, ne? Warum müsst ihr mir das antun? Ja, ein richtiger Kerl muss doch wissen, wie eine Puppe aussieht. Du musst das doch selber hier gerade antun, ne? Was wolltest du gerade sagen, ein richtiger Kerl weiß, wie eine Puppe aussieht? Alles klar, Chef. Alles klar. Ich würde mal sagen, du hast viel zu lange mit Puppe rumgehangen. Ja, ein wenig. Richtiger Kerl, der weiß es glaube ich noch nicht, weil es wieder geschrieben wird. Hab dich lieb, Bufdi. Hins ist einfach mega hässlich. Nicht nur doch, Hins. Ach du Scheiße. Ja gut, ne? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, man kann den Namen hier mal geben. Ja, sorry, muss ich mal erst auf die Ding nehmen. Oh Gott. Ach du Scheiße. Oh Gott, wenn ich sowas begegnen würde als Prinzessin. Ich geb mal... Ja, ich muss mehr geben. Es ist Pixelart. Superpuppe geben. Ja. Ach du Scheiße, die Schuhe, mich. Ja, das ist doch cool. Ich muss sagen, die Krone, die gefällt mir überhaupt nicht. Ich hab gar keine Krone gemacht, dafür hatte ich gar kein Zelt mehr. Ich hätte die auch weglassen sollen. Ey, der eine hat die Superpuppe in der Hand, ist der dumm? Ja, ja. Das ist für mich kein Prinzessin. Das ist nur eine Krone. Ja. Oh Gott, ey. Also hätt ich die Krone weggelassen, wär's doch glaub ich... Ach du Scheiße. Noch schlimmer. Das ist ja auch so so eine alte Oma. Er kann trotzdem eine Prinzessin sein, ne? Oh. Ja, aber die Prinzessin sind doch eher so junge. Oh Gott. Okay, ich hab Big Mom von One Piece gefunden. Oh Mann, ey. Okay, in dieser Urteil waren die Leute nicht so gut. Die wisst aus wie eine Torte, ey. Ja, das ist... Hat nix damit... Ja, okay, schon, aber ist jetzt nicht... Ja, ich geb mal ein Puppe. Ach doch, hier ist die Prinzessin. Wo? Hier. Ach Gott, ey, so Bergmann-Style. Die sieht das schön an, ey. Ich geb mal ein Okay. Ich find das Gesicht ist ein bisschen sehr dick geworden. Ja, du hattest hier richtige Hängetitten, ey. Nein, das ist vom Oberteil noch. Ja, ist ja trotzdem da... Ich hab die erst Tifa gesetzt, mein Gott. Oh mein Gott. Superpuppe. Oh Gott. Mein, das ist ja auch so wie... Ich wollte ja erst so von Mario machen, die Peach. Aber dann dachte ich mir so... Hä, das ist ein Zauber. Ne, das ist so eine Fee, oder nicht? Ja, aber ist doch keine Prinzessin. Wow. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Sieht irgendwie sehr komisch aus. Sieht mega bescheuert aus. Ach du Gott, der hat aber einer riesengroß gebaut. Der hat aber immer so schur gebaut wie du, ey. Es ist okay. Ach, es ist okay? Ja, er hat ja erst selber gebaut. Das muss er schon irgendwie besser geben. Das find ich gar nicht so schlecht, kriegst von mir ein Okay. Doch, das ist so ein kleines Mädchen, die sich irgendwie so verkleidet hat. Also, find ich irgendwie nicht ganz gut. Hat leider kein Gesicht, aber sonst... Wow, ich hab gewonnen. Ob wir laufend das denn mal ist. Wir hängen noch eine Runde dran, bis gleich. So, Leute. Nächstes Wort ist Hai. Ist... Sehr schwer. Ich halte so eine Bei. Das ist mega schwer eigentlich sogar. Ich muss kurz googeln, wie ein Hai aussieht. Oh, ja. Look was not enough. I opened my eyes. Tonight I feel like waking. So bad life. Tonight I feel like waking. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, mach's gut, bis dann. Tschüss. Tschüss.